Hallo, ich bin Michael. Ich bin Kajid und ich lebe hier in Dämmerwacht. Ja, ich muss kurz schauen. Wo steht mein Ding? Ich weiß es nicht. Ich kann mich sehr gut bewegen. Ja, steht irgendwo hier mein Name? Ja, ich bewege mich mal ein bisschen durch die Gegend. Ich bin eben neu in der Dämmerwacht und ja, genau. Ich gehe mal irgendwo hin. Ich fliege mal irgendwo hin. Tut mir leid. Ist ein bisschen komisch. Aber ich habe irgendwie etwas zu fest gemodet oder so. Deshalb auch wieder das Video. Ich weiß keinem, funktioniert irgendwie bei mir gar nicht mehr. Hat sich mega verpackt. Gut. Ähm, jo. Das ist glaube ich der dritte Teil der Serie. Äh, nein. Dankeschön. Ich will nicht noch überleben. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Wo war das? Wie das heißt? Oh Gott. Ich bin gleich am sterben. So. Wo war das? Irgendwo da vorne? Ich hoffe, das geht nicht allzu lange. Weil ja, es geht halt immer. Es ist immer so ein bisschen schleppend ins Karim. Ja, es geht immer alles ein bisschen zu lange. Aber es ist ja auch ein grosses Spiel. Und da kann man das auch manchmal verkraften, wenn man nachheilt wieder. Und ja, leider machen Mods immer Probleme. Entweder stürzt das Spiel während einer Stadt. Also das letzte Mal im Part vom Let's Play bin ich ja immer wieder in einer Stadt am Abstürzen. Also das Spiel am Abstürzen gewesen. Oder ja, das Balancing ist völlig durcheinander. Die Gegner sind auf Level 1 schon so schwer, dass man irgendwie kaum weiterkommt. Und dafür sind die Feuerattracken so mega stark und alles mögliche. Das ist völlig. Also mit Mods kannst du so viel kaputt machen. Ja, ich werde jetzt einfach das Spiel neu starten. Ohne Mods. Nur ein paar Mods. Und dann einfach hoffen, dass alles gut geht. Währenddessen noch das Video, wo man ein bisschen, ja hoffentlich, ein bisschen lachen kann. Es ist gerade sehr mühsam. Tut mir leid. Also ich komme auch nicht vorwärts während dem Rennen. Ich wollte nur kurz, also ihr könnt das Video schon beenden, wenn es euch nicht Spass macht, noch zeigen. Alle Städte sind leer. Keine NPCs. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr? So ist es. Jo. Die Dörfer sind wahrscheinlich auch sehr stark. Ich habe ja nicht mal eine Waffe ausgerüstet. Die Ellenbrüst. Komm schon. Ich kann aber schießen. Und sie fangt bei mir. Kann sie hier gar nichts. Kann ich gar nicht schießen? Kann ich schießen? Aus irgendwelchen Gründen. Na gut. Alter nein! Der macht auch nichts. Hä? Welcher Mod ist das? Der Mod macht alles kaputt. Ich kann nichts machen. Nur die Gegner. Nein, der verfolgt mich jetzt. Oh je. Oh je. Kriege ich so einen geilen Cashit noch hin? Warte mal, ich muss mich drehen. Komisch. Ich kann echt nichts machen. Und eben, ähm, zwar sind NPCs in der Dämmerwacht und so. Aber in Einsamkeit ist es wirklich einsam. Okay. Ich glaube, ich muss hier einfach beenden, weil ich jetzt beim nächsten Gegner wahrscheinlich sterben werde. Äh, beim nächsten Gegner. Und ja, sonst auch nicht so viel machen kann. Keine Animationen habe. Nichts. Ja gut. Oha, Bandit. Seid ihr friedlich? Seit wann sind die friedlich? Das ist kein Dietrich. Ich hatte noch nie Dietrich. Von Olli Dietrich. Ja, der ist immer noch rustig. Kommt aber nicht mehr so viel vor. So, ähm, im Fernseher. Schaut, damit ich mehr Fernseher sache. Oder nicht mehr so viel. Ja, ich freue mich, dass Kai mich so unterhält. Aber ich möchte schon wieder Skalm spielen können. In Ordnung spielen können. Ja. Dankeschön fürs Zusehen. Und... Ja. Viel Spaß weiterhin. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 demi Vielen Dank.